Ein Stück mit dir mitfahren, mehr wollte ich nicht, dass du bei allen Leuten den Eindruck erzeugst, ich wäre ein großer Mann, darum habe ich dich nie gebeten. Was kann der hier wollen? Nichts Gutes, das sehe ich auf den ersten Blick. Dieser Fremde ist bestimmt ein Opfer politischer Verfolgung. Ganz Goldach wäre froh, wenn ich endlich verschwinde. Sagen Sie es frei heraus, wie viele Herzen haben Sie gebrochen. Untertitelung des ZDF, 2020